Die Plattform Together grüßt aus Rheingers im oberen Waldviertel. Wir sind ein länderübergreifendes und leutverbindendes Projekt und arbeiten hier mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die hier mehrere Tage im Gasthof Ulz verbringen und gemeinsam arbeiten. Wir sind hier in Rheingers und Rheingers ist für einige Tage das Zentrum von Europa, weil hier Künstler wirklich gemeinsam leben und arbeiten. Und diese Gemeinsamkeit ist in der jetzigen Situation post-Covid und mit allen Schwierigkeiten und Krisen eine ausgesprochene Kostbarkeit, die gepflegt werden muss. Wir sind hier in Rheingers und Rheingers. Wir sind hier in 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 Rheingers. Ich präsentiere hier meine künstlerischen Grundsätze mit dem von mir erfundenen Begriff Tectonic Vision, der in verschiedenen Lagen und Schichtungen die Philosophie und die Einstellung zeigen kann. Mit diesen verschiedenen Schichten können sowohl Landschaften dargestellt werden als auch menschliche Personen. Und die Zusammenarbeit hier ist wie im Himmel, man braucht nicht zu sterben, sondern es ist gut, an einem so inspirierenden Ort zu sein und mit Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Und ich danke für diese Möglichkeit. Wir sind hier in Rheingers. 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 Ja, hallo. Ich bin die Urs Miriam, ich bin Keramikerin und bin da zu diesem Symposium eingeladen worden. Und es ist immer eine große Gnade, so ohne irgendwelche anderen Verpflichtungen, einfach da arbeiten zu dürfen, verpflegt zu werden und am Platz zum Schlafen und einfach mit inspirierenden Kollegen arbeiten zu dürfen. Also das ist wirklich, das ist was ganz Besonderes. Und es freut mich wunderbar, dass die Elisabeth auch dabei ist, dass sie selber auch Teilnehmerin ist und die das immer wieder auf sich nimmt, das zu organisieren, weil es ja doch ein bürokratischer Aufwand ist. Ja, und es ist einfach wunderschön. Ja, und es ist einfach wunderschön. Ja, und es ist einfach wunderschön. Untertitelung. BR 2018 Ich bin die Elisabeth, ich bin Teilnehmerin hier, bin Organisatorin hier und bin heuer besonders glücklich mit dem Thema, das wir gefunden haben, Connected Diversity, die verbundene Vielfalt, was mir besonders am Herzen liegt, denn Vielfalt bereichert unser Leben und inspiriert. Und ich liebe besonders Szenen, wo Menschen unterschiedlicher Nationen einander finden, miteinander arbeiten, einander kennenlernen und genau das tun wir hier. Musik 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 Hallo, mein Name ist Vit Pavlik. Ich bin Vit Pavlik, ein Maler aus der Tschechischen Republik. Ich arbeite abstrakt in der Art, wie man hier sehen kann. Ich arbeite mit Autos und mache Graffiti auf Autos. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020